Im Nachfolgenden werden die typischen Anwendungen der verschiedenen Kunststoffarten gezeigt. Die Kunststoffarten definieren wir nach dem Vernetzungsgrad. Der Vernetzungsgrad beschreibt die Verbindung der einzelnen Molekülketten innerhalb eines Kunststoffes. In Thermoplasten sind die Molekülketten bzw. Kohlenwasserstoffketten ausschließlich über die schwachen Wasserstoffbrücken gebunden. Diese lassen sich bei Temperaturerhöhung leicht aufbrechen und sind daher beweglich. Deshalb können Thermoplaste oberhalb einer bestimmten Temperatur, der sogenannten Übergangstemperatur, sehr gut plastisch verformt werden und erstarren dann in ihrer neuen Form. Da Thermoplaste leicht warm umformbar sind und nach Erkaltungen die angenommene Form behalten, findet man sie häufig im Verpackungsbereich, z.B. als PET-Flasche, als Lebensmittelverpackung aus Polypropolen oder Polystyrol oder als Getränkekasten aus Polyethänen. Auch im Bauwesen finden wir Thermoplaste sehr häufig, z.B. als Fußbodenbelag oder Abflussrohr aus Polyvinylchlorid. Viele Alltagsgegenstände, die uns täglich umgeben, sind Thermoplaste. Vom Brillengestell zum Lineal und vom Autorücklicht zum Kugelschreiber. Elastomere besitzen chemisch schwachvernetzte Molekülketten. Chemisch schwachvernetzt bedeutet, dass nicht nur die Wasserstoffbrückenbindungen für den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Kohlenwasserstoffketten sorgen, sondern zusätzlich einzelne Kohlenstoffatome verbunden sind und sogenannte Kohlenstoffknotenpunkte bilden. Aufgrund dieser Kohlenstoffknotenpunkte können Elastomere nur in geringem Maße oder gar nicht plastisch verformt werden, sind aber gummielastisch. Da Elastomere formfest, aber elastisch verformbar sind, finden wir sie im Bauwesen als Fugendichtung und Wärmbedämmung aus Polyurethan, im Kfz-Bereich als Fahrwerksbuchse und Autoreifen aus vulkanisiertem Naturkautschuk oder auch aus Polyurethan. Im Alltag nutzen wir Matratzen aus Polyurethan, Latexhandschuhe und Gummistiefel aus Naturkautschuk oder Haushaltsschwämme auch aus Polyurethan. Duroplaste sind nicht verformbar, da ihre Ketten stark miteinander dauerhaft chemisch vernetzt sind. Chemisch stark vernetzt bedeutet, dass nicht nur die Wasserstoffbrückenbindungen für den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Kohlenwasserstoffketten sorgen, sondern zusätzlich viele Kohlenstoffatome als sogenannte Kohlenstoffknotenpunkte verbunden sind. Daher können Duroplaste unabhängig von der Temperatur nicht plastisch verformt werden. Duroplaste sind schlagzeh und sehr temperaturstabil, daher finden wir sie im Elektrobereich, als Steckdose, Lichtschalter und Isolierungen, meist gefertigt aus Melamin- und Harnstoffherzen. Melamin und Harnstoff dienen dabei als Ausgangsstoff. Harze oder auch Kunstharze lassen sich durch Polymerisation, durch Polykondensation und durch Polyaddition herstellen. Weiterhin finden wir Duroplaste im Kfz-Bereich als Karosserietteile aus GfK, als Wasserpumpengehäuse und Riemenscheiben basierend auf Epoxidharzen. Im Alltag nutzen wir WC-Sitze, Schutzhelme und Tennis- oder Hockeyschläger aus Phenoplasten. Phenoplasten sind Kunststoffe, die auf Basis von Phenolharzen hergestellt werden. Wir sehen also, das Einsatzgebiet der Kunststoffe ist gewaltig und genauso groß ist die Bandbreite ihrer Einsatzmöglichkeiten. Somit sind Kunststoffe aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017